Mein Name ist Christina Gutz. Ich bin bei Gloria im Vertrieb Inland tätig als Sachbearbeiterin im Key-Account-Bereich. Mein Aufgabenbereich bei Gloria ist Angebotserstellung, Stammdatenpflege, Bearbeitung von Bestellungen, Erstellung von Auswertungen und enge Zusammenarbeit mit Außendienstmitarbeitern. Das Klima bei uns im Büro ist sehr gut, man fühlt sich wohl. Wir arbeiten als Team zusammen durch leichte Zeiten, aber durch schwere Zeiten auch. Wir stehen hinter uns und hinter jeden und unterstützen auch in jeder Situation. An den ersten Arbeitstag erinnert für mich sehr gut. Für mich war das sehr aufregend, bedingt durch neue Kollegen und die neue Umgebung. Allerdings ist die Aufregung schnell verflogen, da ich bei Gloria sehr herzlich aufgenommen wurde. Mein Lieblingsprodukt ist die Multi-Brush. Mit der Multi-Brush kann ich meinen Steinboden, meinen Holzboden, meine Rasenpflege betreiben und deswegen finde ich das auch super optimal für mich. Wenn ich ein Gartengerät wäre, werde ich gerne ein Thermoplank, weil mit der kleinen Flamme Großes bewirkt werden kann und das ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien. Typisch schwäbisch für mich ist Maultasher-Soup mit Backspätzle und typisch Ruhrpott ist ein Mantateller. Das ist Currywurst mit Tzatziki, Pommes, ja. Wenn ich Gloria mit drei Worten beschreiben sollte, wäre das innovativ, modern und unkompliziert. Zu einer richtig guten Party gehört auf jeden Fall Champagner, Sushi, gute Laune und viel Konfetti. Zum Geburtstag wünsche ich Gloria eine weiterhin gute Resonanz, glorreiche Ideen und noch größere Expansion.